Hey Schatz, wir haben schon echt lange nicht mehr. Ja, ich weiß. Also, heute wäre das perfekte Wetter. Ja, und deine Eltern sind auch nicht da. Stimmt, da kann ich auch endlich mal schreien. Das hört sich sehr gut an. Okay, ich mache mich ready. Und du weißt, wo du mich findest. Bist du ready? Ob ich ready bin? Ich bin mehr als ready.